Mein Name ist Ewald Wöll, ich bin ärztlicher Direktor hier im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams und Leiter der internen Abteilung. Wir betreuen täglich schwerkranke und schwerstkranke Patienten mit Covid-19, darunter auch jüngere Patienten und Patienten ohne irgendwelche Vorerkrankungen. Bitte helfen Sie mit, die Fallzahlen zu reduzieren. Sie helfen damit uns, alle Patienten optimal zu betreuen. Schützen Sie sich und schützen Sie Ihre Familien. Bitte halten Sie die Maßnahmen ein. Jetzt zusammen helfen, dann packen wir das.